Wir haben ein Panel mit Teilnehmern, bei denen wir alles sehen, was die auf ihrem Handy machen. Insbesondere sehen wir alles, was die in ihren Shopping-Apps machen. Das heißt, wir sehen, welche Coupons die ausgespielt bekommen, sehen, aktivieren und dann auch einlösen. Und das Ganze sehen wir nicht für einen Hersteller, sondern wir sehen das über den gesamten Markt, über alle Apps quer drüber. Und diese Perspektive ist absolut einzig im Markt. Wir bieten Unternehmen im Prinzip zwei Mehrwerte. Mehrwert Nummer eins ist, wir verstehen, wie die jeweiligen Apps funktionieren. Das heißt, wie wird personalisiert, wie werden Coupons ausgespielt, wie wird rabattiert. Und der zweite Mehrwert ist, wir verstehen, was Kunden über verschiedene Apps und Plattformen machen. Das ist total großartig. Also A, es ist Anerkennung für extrem viel, sehr, sehr harte Arbeit über viele Jahre hinweg, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. Und das andere ist einfach ein großartiges Netzwerk. Das sind total aufregende Leute, mit denen ich mich heute Abend freue, ein kühles Bier trinken zu dürfen. Möge 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 Vielen Dank.